Hallo und herzlich willkommen zum zehnten Teil der Videoserie. Wir machen alle 1187 Fragen gemeinsam durch. Machst du also die Prüfung auch noch im Jahre 2024, dann solltest du den Kanal jetzt schnellstmöglichst abonnieren. Im Video haben wir gesehen, wir fahren auf der Autobahn, überholen gerade ein paar LKWs, fahren also auf dem mittleren Fahrstreifen, was ja auch so weit in Ordnung ist. Die Frage ist jetzt, wie verhalten Sie sich richtig? Ich behalte die Geschwindigkeit bei und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen. Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen. Ich behalte die Geschwindigkeit bei und wechsle auf den rechten Fahrstreifen. Also rechts neben uns fährt ja der LKW, das heißt wir können nicht auf den rechten Fahrstreifen. Was viele wahrscheinlich nicht im ersten Blick sehen, ist, dass das blaue Fahrzeug links neben uns langsamer fährt als wir. Und würden wir jetzt die Geschwindigkeit beibehalten, dann würden wir den blauen rechts überholen, was zum sofortigen Nichtbestehen der Prüfung führt. Deswegen werden wir die Geschwindigkeit reduzieren, auf dem mittleren Fahrstreifen bleiben, aber halt noch so, dass wir schneller als 80 kmh fahren, um den LKW noch überholen zu können. Also ist CD2 richtig, mit allem anderen würdest du tatsächlich in der Praxis sofort durchfallen. Dann gehen wir zur nächsten Videofrage. Wir sind wieder auf der Autobahn unterwegs, fahren 130 Richtgeschwindigkeit. Vor uns der LKW, da sollten wir direkt den Überholvorgang einleiten. Gut, oh, er macht Warnblinklicht an. Und wer hat es gesehen, da liegt etwas auf der Fahrbahn. Hier, da muss anscheinend eine Palette von einem Kollegen runtergefallen sein. Ich hoffe, dass er jetzt nicht auf den linken Fahrstreifen rüberzieht mit 100 kmh. Da musst du halt auch aufpassen, dass hinter dir die Leute das auch checken. So, wie verhalten wir uns richtig? Ich verringere meine Geschwindigkeit. Ich bleibe auf dem linken Fahrstreifen. Ich fahre unverändert weiter. So, wir bleiben natürlich auf dem linken Fahrstreifen. Wir verringern die Geschwindigkeit. Schalten auch sofort Warnblinklicht an, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Und schauen einfach mal, was sich da vorne ergibt. Wenn es geht, fahren wir links dran vorbei. Wenn der LKW links rüberzieht, dann müssen wir natürlich auch dementsprechend bremsen. Und schauen immer in den Innenspiegel, um zu sehen, ob der Hintermann das auch verstanden hat. Ansonsten kannst du auch auf die Hupe drücken und hoffen, dass er noch rechtzeitig bremst. Dann nochmal ein Video auf der Autobahn. Wir überholen wieder LKWs. Das ist gut. Das möchte der Prüfer auch sehen. Da kommt aber ein neues Fahrzeug auf die Autobahn. Gibt jetzt kräftig Gas. Wird wahrscheinlich zwischen den LKWs durchfahren. Und dann einfach, ja natürlich, BMW-Fahrer, ist ja klar, direkt rüberziehen. Denn die Frage ist, was machen wir aus der Sache? Dass der graue Pkw auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wird. Ja, damit muss man rechnen. Das sieht man ja schon an der Bewegung. Und dementsprechend einfach mal kurz vom Gas runtergehen, wieder ein bisschen Abstand herstellen. Dann ist ja auch wieder gut. Dass der gelbe LKW vor mir zum Überholen ausscheren wird. Oh, habe ich jetzt nicht aufgepasst, muss ich sagen. Ist der sehr dicht rangefahren an den weißen? Sieht eigentlich vom Abstand noch in Ordnung aus. Dass der graue Pkw auf dem rechten Fahrstreifen bleiben wird. Oh, ich würde jetzt einfach mal nur mit der 1 gehen. Wenn wir sehen, dass der gelbe LKW in dem Fall etwas schneller fährt als der vordere LKW, dann müssen wir natürlich auch davon ausgehen, dass der auf den mittleren Fahrstreifen rüberzieht, um zu überholen. Das ist mir jetzt aber nicht aufgefallen. Ansonsten immer einen Blick drauf haben. Also es geht um einen Stau. Wir müssen die Rettungsgasse bilden für den Notarzt, für den Krankenwagen. Und deswegen fahren alle Fahrzeuge, die auf dem linken Fahrstreifen fahren, möglichst weit links. Und alle, die auf dem rechten Fahrstreifen fahren, möglichst weit rechts. Bei drei Fahrstreifen wäre es so, dass der rechte und der mittlere möglichst weit rechts fährt. Und der linke möglichst weit links. Damit da die Gasse gehalten wird für den Rettungswagen oder die Polizei. Was ist bei der Benutzung von Autobahnen verboten? Das Halten auf dem Seitenstreifen. Das Wenden. Das Rückwärtsfahren. Achtung, da wird ein Unterschied gemacht zwischen einer freiwilligen Fahrtunterbrechung und einer, wie nennt man das nochmal, notwendigen? Einer unfreiwilligen. Zwischen einer freiwilligen und einer unfreiwilligen Fahrtunterbrechung. Und hier ist das Halten auf dem Seitenstreifen eine freiwillige Fahrtunterbrechung. Das heißt, da ist gemeint, dass du kurz stehen bleibst, um etwas zu trinken, um etwas zu essen, um kurz eine Pause einzulegen. Das ist natürlich verboten. Anders wäre es jetzt, wenn du eine Panne hast, dann musst du ja auf dem Pannenstreifen stehen bleiben. Dafür ist er da. Wenden ist verboten. Genauso wie Rückwärtsfahren. Das ist lebensgefährlich. Wenn du wendest, dann verlässt du die Autobahn, fährst über die Brücke drüber oder drunter und dann halt wieder zurück in entgegengesetzter Richtung. Aber so ist das erstmal nicht erlaubt. So, dann gehen wir direkt zur nächsten Videofrage. Hinter uns schaut es wieder sehr, sehr gut aus. Hier müssen wir natürlich auch... Wir sehen, der blaue fährt schneller als der weiße LKW. Okay, da müssen wir einfach davon ausgehen, dass der blaue jetzt gleich links rüber zieht. Ah, jetzt habe ich einen übersprungen. Hier sind wir. Worauf müssen sie sich jetzt einstellen? Dass der Überholvorgang des grünen LKW länger dauert? Ja, logisch. Die dürfen ja nur 80 fahren. Da ging es auch ein bisschen bergauf. Der eine ist voll beladen. Der andere hat 500 Kilo weniger drauf. Der fährt dann 1 kmh schneller. Möchte unbedingt überholen. Da müssen wir uns drauf einstellen, dass das Ganze etwas länger dauert. Dass der blaue PKW zum Überholen ansetzt. 100 Prozent. Wenn du schnell auf der Autobahn unterwegs sein möchtest, 200, 250 oder gar noch schneller, dann musst du sehr, sehr weit vorausschauen und genau solche Situationen einschätzen können. Zieht der eine auf einmal auf deinen Fahrstreifen oder nicht? Und wenn du das nicht kannst, dann denk immer dran, die Geschwindigkeit ist nicht nur den persönlichen Fähigkeiten anzupassen, sondern auch dem Verkehrsaufkommen. Dass der weiße LKW beschleunigt. Ja, da gehe ich eher nicht von aus. Der wird schon unter Volllast hier fahren. Jetzt sind wir in einem Stau. Wir fahren auf dem mittleren Fahrstreifen. Wir haben hier schon das Warnblinklicht an. Das ist gut. Fahren möglichst weit rechts. Orientieren uns immer. Jetzt sehen wir auch, dass der Rettungswagen von hinten kommt. Und der Rote vor uns. Er macht es natürlich komplett falsch. So, warum wird eigentlich die Gasse... Was mache ich denn? Warum wird die Gasse eigentlich zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen gebildet und nicht zwischen dem rechten und dem mittleren? Ganz klar, auf dem rechten Fahrstreifen fahren meistens die schweren, breiten Fahrzeuge, wie hier die LKWs. Und die sind, wie schon gesagt, sehr breit. Und das wäre natürlich blöd, wenn man hier neben den breiten Fahrzeugen die Gasse lassen würde. Deswegen immer zwischen dem linken. Und wenn es jetzt zwei, drei, vier, fünf, zehn Fahrstreifen sind, immer zwischen dem linken und dem daneben. So, wie verhalten wir uns? Ich fahre auf meinem Fahrstreifen möglichst in der Mitte. Nein, nein. Wir fahren möglichst weit rechts. Hoffen, dass es der vor uns merkt. Da kann man vielleicht auch mal ganz kurz die Lichthupe geben. Wobei der Rettungswagen, der wird schon laut genug sein, oder? Bei schneller Autobahnfahrt platzt ein Reifen an Ihrem PKW. Wie verhalten Sie sich? Ja, ist mir tatsächlich so... Ich glaube, auf der Autobahn ist mir das noch nicht passiert. Das klingt gut. Schau davor noch in die Spiegel, was hinter dir so los ist. Nicht kräftig auf die Bremse gehen. Versuch erst rüber zu ziehen und dann vorsichtig das Auto abzubremsen. Nichts übereilen, keine Hektik. Das ist wichtig. Sofort Vollbremsung durchführen. Anschließend auf den Seitenstreifen wechseln. Genau. Sorg erstmal dafür, dass der von hinten einer drauf fährt und dann kannst du auf den Seitenstreifen fahren. Das ist damit gemeint. Das machen wir nicht. Das ist lebensgefährlich. Gas wegnehmen. Wenn nötig, gegenlenken und vorsichtig abbremsen. Ja, das ist auch richtig. Aber schau auf jeden Fall, dass du rechts rüber kommst und dann erst langsamer wirst. So, nächstes Video. Wir sollten auch hier schon direkt den Überholvorgang anpeilen. Also gleich links rüber, wenn es geht. Und gleich links rüber. Komm. Boah, jetzt ist zu spät. Jetzt hast du zu lang gewartet. Oh, schade. Da haben wir ein bisschen geschlafen. Da kam von hinten schon einer, der ist schneller als wir. Sie möchten überholen. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ah, jetzt werden wir den Überholvorgang abbrechen müssen. Ich behalte die Geschwindigkeit bei und setze den Überholvorgang fort. Ja, da werden wir nichts fortsetzen können. Wie gesagt, LKW fährt 80 maximal. Wir fahren 100. Da waren wir auch ein bisschen langsam zum Überholen. Da hätten wir erst kräftig beschleunigen müssen. Erst in die Spiegel, dann kräftig beschleunigen. Blinker, toter Winkel und rüber. Wir haben uns viel zu viel Zeit gelassen in dem Video. Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem LKW. Das werden wir jetzt machen. Ich beschleunige und setze den Überholvorgang zügig fort. Das werden wir nicht tun. Das werden wir nicht mehr schaffen. Auch hier geht das Warnblinklicht an. Das machen wir auch sofort an. Schauen Sie in den Spiegel, fahren möglichst weit rechts. Ja, da ist einfach der Anfang eines Staus. Also das darf dir in der Prüfung nicht passieren, dass du die Fragen überspringst und dann später den Bogen abgibst. Denn dann kassierst du natürlich die ganzen Fehlerpunkte, in dem Fall vier Stück. Das ist mir jetzt schon drei oder vier Mal passiert. Das ist doch schlimm. Also, womit müssen wir hier rechnen? Der blaue Pkw schert vor mir ein. Weiß ich jetzt nicht. Der Fahrer des gelben LKWs sieht das Stauende zu spät. Das kann gefährlich werden. Das kann sogar richtig gefährlich werden. Also hier Blick in den Spiegel. Erst wenn der Hintermann das Warnblinklicht anschaltet, kannst du dir sicher sein, dass er dich auch gesehen hat. War dann Motorrad, ich habe es jetzt gerade gar nicht wahrgenommen, wird wahrscheinlich bei uns links im toten Winkel sein. Dann werden wir die Sache mit dem Motorrad ankreuzen, denn das machen die sehr gerne. Und wir werden die Sache mit dem LKW ankreuzen. Und genau so ist es auch richtig. Noch eine Videofrage. Fünf Fehlerpunkte. Heute geht es aber zur Sache. Hier sieht es wieder sehr gut aus. Da können wir gut überholen. Ja, kräftig ans Gas. Das ist super. Das ist gut. Schön. Von hinten kommt einer. Der ist noch schneller. Macht gar nichts. Wir sind gerade am Überholen. Was wir tun könnten, wäre frühzeitig schon mal den Blinker nach rechts setzen. Uns nicht stressen lassen. Denn wenn wir den Blinker setzen, dann weiß der Hintermann schon Bescheid, ah, okay, der hat mich gesehen, der macht gleich Platz, ich kann gleich vorbei. Wenn du das nicht machst, dann fühlen sich manche so ein bisschen genötigter, Lichter aufzufahren oder so, Lichthupe zu geben und sowas. Also es liegt auch an dir, die Situation zu entschärfen. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich bremse, setze den Überholvorgang, ich breche den Überholvorgang ab und ich setze den Überholvorgang zügig fort. Wir bleiben ruhig und gelassen, überholen, so wie wir es uns vorgenommen haben und wenn es geht, fahren wir wieder rechts rüber. Sie möchten die Autobahn verlassen. Wie verhalten Sie sich richtig? Ja, ich würde sagen, dritter Gang rein, Motorbremse wirken lassen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hinter der Kurve so ein bisschen einblicken können. Wir wissen ja nicht, stehen da vielleicht Tiere auf der Fahrbahn? Dann ist da vielleicht ein Motorradfahrer umgefahren, hat es ein Motorradfahrer zerbrezelt? Es steht da ein Pannenfahrzeug, ist vielleicht Öl auf der Straße? Ich verringere meine Geschwindigkeit erst beim Erreichen der Kurve. Ja, nee, also Gang und Geschwindigkeit immer vor der Kurve, das ist sehr wichtig. Ich verringere meine Geschwindigkeit ab jetzt. Ab jetzt, ja. Ich prüfe meine Geschwindigkeit in kurzen Abständen anhand des Tachos. Ja, das ist auch gut. Wenn wir jetzt lange Zeit mit hoher Geschwindigkeit unterwegs waren, dann gewöhnt sich unser Körper an die Geschwindigkeit. Wir schauen mal kurz auf den Tacho, weil wir glauben, wir stehen förmlich. Aber dabei haben wir vielleicht noch 100 kmh drauf, dass für die Kurve vielleicht ein bisschen zu schnell sein könnte. 80 sind aufgehoben, haben wir gerade gesehen. Das heißt, wir sollten jetzt auf die 130 beschleunigen, in der Prüfung zumindest. Ja, ruhig ein bisschen kräftiger ans Gas. Aber da geht schon wieder das Warnblinklicht an. Und da hat man schon gesehen, nach der Kurve fahren wir wieder in einen Stau. Wie verhalten wir uns jetzt? Ich schalte das Warnblinklicht ein. Wir schalten das Warnblinklicht ein. Ich fahre in die freie Gasse. Nein, wir bilden eine freie Gasse. Wir fahren nicht in die Gasse. Ich bremse mein Fahrzeug ab. Ja, nicht übertrieben. Das sind ja locker noch 200 Meter bis da vorne. Also schau in den Spiegel. Pass auf, dass die hinter dir auch das Warnblinklicht anschalten. So gehst du sicher, dass sie dich gesehen haben. Und dann dementsprechend bremsen. 120 sind erlaubt. Die fahren wir auch. Da können wir auch auf dem linken Fahrstreifen bleiben, weil der LKW ja nur 80 fährt. Schauen immer mal wieder ein bisschen in den Spiegel hier oben. Okay, besondere Situation. Da sind Baustellenfahrzeuge, vielleicht Mäharbeiten oder ähnliches auf der Straße. Und die LKW-Fahrer, die sehen sich dann immer so ein bisschen in der Pflicht, mehr Abstand zu lassen, weil die LKWs natürlich einen Sog produzieren. Das heißt, wenn da zum Beispiel Personen auf der Straße sehr dicht neben dem LKW stehen, der LKW fährt dran vorbei, dann können diese Personen tatsächlich von diesem Sog in den LKW gesaugt werden oder weggestoßen werden. Und deswegen lasten die da vorzorglich ein bisschen mehr Platz. Damit müssen wir rechnen. Und dementsprechend sollten wir jetzt tatsächlich die Geschwindigkeit rausnehmen und erst mal hinter dem LKW bleiben. Warum müssen sie jetzt die Geschwindigkeit verringern? Wegen des LKWs. Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung. Wegen des blauen PKWs. Tatsächlich nur wegen des LKWs. Die Geschwindigkeitsbegrenzung lag ja bei 120. Also hier geht es nur um den LKW, der hier ein bisschen vorsorglich fahren möchte. Okay, wir fahren auf dem mittleren Fahrstreifen. Haben gerade überholt, haben auch genügend Abstand, um auf den rechten Fahrstreifen wieder rüberzufahren. Was wir in dieser Situation nicht für notwendig halten, und dann wird der Prüfer dann auch im Nächsten sagen, lassen Sie bitte die Autobahn an der nächsten Ausfahrt, stellen Sie den Motor ab, schalten Sie, ziehen die Feststellbremse an. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es heute leider nicht gereicht hat. Können Sie sich vorstellen, warum Sie durchgefallen sind und du dann so, ach ja, weil ich vielleicht nicht geschaut habe oder nicht geblickt habe irgendwann. Und dann wird er sagen, aha, wo haben Sie denn nicht geblinkt und nicht geschaut und dann redest du dich noch um Kopf und Kragen. Nee, es geht tatsächlich um das Rechtsfahrgebot. Auf der Autobahn oder außerhalb geschlossener Ortschaften musst du das Rechtsfahrgebot einhalten, also immer den rechten Fahrstreifen benutzen, wenn du nicht mehr überholst. Wenn du das nicht machst, wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich wechsle auf den rechten Fahrstreifen. Und wenn du das nicht machst, dann ist die praktische Prüfung sofort zu Ende. So, was haben wir hier? Noch mal eine 5-Fehler-Punkte-Frage. Wir überholen, das ist gut, das passt soweit. Auch hier kommt wieder von hinten einer. Also Blinker rechts rüber, überhol den blauen noch da vorne. Schau, wir haben den Blinker hier nicht an. Da weiß natürlich der Hintermann nicht Bescheid. Der ist ein bisschen nervös. Ja, warum? Ist ja egal. Ist ja egal. Der wird schon seine Gründe haben. Es kommt jetzt nur darauf an, wie wir uns verhalten. Wie verhalten Sie sich richtig? Ruhig und gelassen. Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf. Ich überhole den blauen PKW und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen. Genau. Und setzt den Blinker noch rechts, dann weiß der Hintermann gleich Bescheid, dass du auch demnächst wieder rechts rüberfährst. Ich überhole den roten Transporter und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen. Nee, wir überholen den blauen noch. Zwischen dem blauen und dem roten wäre viel zu wenig Platz. Auch hier ruhig und gelassen bleiben. Ja, das ist das Gleiche. Das war das Gleiche Video. Das ist das Neue. Sie fahren bei geringer Verkehrsdichte auf einer Autobahn. Wie lange dürfen Sie den linken Fahrstreifen benutzen? Wegen dem Rechtsfahrgebot. Also, wir überholen gerade. Die Frage ist, wie lange dürfen wir auf dem mittleren oder linken Fahrstreifen fahren? Ständig. Solange kein anderes Fahrzeug Sie überholen will. Das stimmt nicht, weil wir haben ja Rechtsfahrgebot. Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu überholen. Genau. Solange wie der Überholvorgang dauert. Das ist richtig. Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf dem linken Fahrstreifen überholt. Klingt komisch, aber damit ist gemeint, du fährst hinter einem anderen Fahrzeug hinterher, das gerade überholt. Und wenn du hinter dem Fahrzeug herfährst, dann überholst du ja auch gerade. Das heißt, ihr seid ja gerade am Überholen. Das ist damit gemeint und deswegen ist die Antwortmöglichkeit richtig. Das könnte unter Umständen sehr verwirrend sein. Achtung! Nicht auf den Leitplanken, sondern auf den Leitpfosten. An den schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten. Genau. Auf den Leitpfosten sind so kleine schwarze Dreiecke drauf. Die sagen dir entweder nach vorne oder nach hinten, da ist das nächste Notfalltelefon. An den Bodenmarkierungen auf dem Standstreifen. Oh, jetzt bin ich mir nicht sicher. Oh, Mist. Ich weiß, wir hatten die Frage vor langer, langer Zeit nochmal. Ich weiß, dass das in anderen Ländern so ist. Haben wir das in Deutschland auch? Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Manchmal steht, ich glaube, das ist Österreich, oder? Oder Italien? Da steht 50 Meter in die Richtung, 150 Meter in die Richtung. Haben wir das auch in Deutschland? Ich habe es lange, lange nicht gesehen. Ich war auch lange nicht im Ausland. Bodenmarkierung auf der Straße. Auf dem Seitenstreifen. Na komm. Deutschland ist doch fortschrittlich, oder? Das werden wir schon haben. Das werden wir schon haben. Ja, wir haben es doch nicht. Okay, warum nicht? Dann war das tatsächlich im Ausland. Okay, wieder was gelernt. Auf einer Autobahn mit drei Fahrstreifen hat sich ein Stau gebildet. Wo ist die Gasse für Rettungsfahrzeuge zu bilden? Auf dem Seitenstreifen. Zwischen dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen. Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen. Genau, weil rechts haben wir gesagt, stehen die breiten Fahrzeuge. Das wäre ja blödsinnig, da die Rettungsgasse zu bilden. Sie befahren einen Straßenabschnitt, für den ein Stau gemeldet wurde. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich verfolge weiterhin die Verkehrsmeldungen. Ich nutze den Notbremsassistenten zum sicheren Anhalten vor dem Stauende. Ich fahre in Kurven und vor Kuppen besonders aufmerksam. Wir fahren besonders aufmerksam. Wir lassen das Radio weiterhin eingeschaltet, um die Nachrichten des Staus zu verfolgen. Den Notbremsassistenten. Das ist sozusagen, ja, steckt ja schon im Wort drinnen. Also nur in einer Notsituation, wenn du zum Beispiel unaufmerksam bist, wenn du in der Stadt abgelenkt bist oder sowas, ein Kind rennt auf die Fahrbahn, dann kann dieser Notbremsassistent eine Gefahrenbremsung durchführen, die Unfallfolgen möglichst gering halten oder vielleicht sogar den Unfall verhindern. Aber wir nutzen ihn nicht, um sicher anzuhalten. Also das ist nur in letzter Sekunde, dass der hier eingreift. Ah ja, da haben wir schon das besagte Dreieck und das würde uns sagen, dass in dieser Richtung die nächste Notrufsäule zu finden ist. Sie brauchen Hilfe auf der Autobahn. Welche Information gibt Ihnen dafür der Pfeil am Leitposten? Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung, das kreuzen wir hier an. So, was haben wir hier noch für einen Film? Wir sind wieder auf der Autobahn, sind schön am Überholen mit 130. Das ist sehr gut. Sehr schön. Werden auch gerade überholt. Ja, okay. Also, die wollen wahrscheinlich auf den Abstand hinaus. Wir haben ja hier unseren Tempomaten an. Ja, das ist der Tempomat. Den haben wir anscheinend gerade auf 130 gestellt. Das heißt, dass unser Fahrzeug hält diese Geschwindigkeit. Und wenn davor der Motorradfahrer etwas langsamer ist, dann haben wir nicht genügend Abstand. Das heißt, wir müssen also den Tempomaten jetzt ausschalten. Die Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat ihres Kraftfahrzeugs ist auf 130 Kilometer pro Stunde eingestellt. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich muss auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Ich muss das Motorrad überholen. Du musst. Nein, 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 nein. Ich muss den Sicherheitsabstand durch Bremsen wiederherstellen. Richtig. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel kurz mal die Bremse antippen. Dann ist der Tempomat aus. Du kannst auch von 130 auf 120 runterdrehen. Und dann wird das Fahrzeug auch wieder den Abstand herstellen. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Im nächsten Video machen wir weiter mit den restlichen Autobahnfragen. Und im darauffolgenden Video wird es dann in die Vorfahrt gehen. Möchtest du das Ganze also nicht verpassen, dann vergiss nicht, den Video mit einem Daumen nach oben zu unterstützen. Das sagt mir, dass du diese Videoserie weiterhin sehen möchtest und den Kanal kostenlos zu abonnieren, denn dann verpasst du auch die weiteren Videos nicht. Ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut. 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 Mach's gut.